Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PvP. Wir spielen heute Hardcore Games, wie hat es gedacht. Heute ist ja Freitag, das heißt, ich werde diese Runde, die ich hier spiele, auf jeden Fall hochladen, egal was passiert. Und wir laufen Richtung 2, denn da ist ein Sumpf. Und ich bin das Kit Gladiator, das habe ich noch nie gespielt, aber ich weiß auf jeden Fall, was es kann. Und zwar ist das ultimative Anti-Team-Kit. Das heißt, sobald ich jemand mit meinem Eisenzaun schlage, werden wir zusammen in eine kleine Arena geportet, ganz oben in der Luft und können dann da kämpfen, bis einer von uns beiden stirbt. Und ja, somit wird man quasi nie Teamkämpfe haben. Und ja, das ist schon mal ganz gut. So, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Pilze. Falls ihr, ja, noch nicht so lange auf meinem Kanal seid und das nicht kennt, man kann sich mit Pilzen heilen, indem man Pilzsuppen rechts klickt. Das heißt, ich hole mir jetzt ganz viele Pilze und mache daraus Pilzuppen. Ich habe jetzt 14, 11. Das ist schon mal ganz okay. Ich mache F3 aus. Mit dem Kompass kann ich Leute tracken. Und das war es auch schon. Und es geht eben ganz, ganz viele Kids. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die das jetzt mit der neuen Euler gemacht haben. Aber es gibt irgendwie so ein XP-System oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. So, die roten hole ich mir noch. Und dann habe ich schon mal einiges an Pilzen. So. Jetzt hole ich mir ein bisschen Holz. Und zwar sechs Stück. Das sollte reichen. Ich glaube, für ein Steinschwert reicht es erstmal nicht. Deswegen mache ich mir nur ein Holzschwert. Wobei ich eigentlich noch, ja, 30 Sekunden. So, oder 20 jetzt. Ist nicht mehr ganz so viel. Und da war auch direkt ein Spiel an der Nähe. Deswegen werde ich das jetzt nicht riskieren. So. Steinschwert. Und ein paar Bowls. So. Okay. Auf geht's. Ich mache, glaube ich... Okay, das ist ein Gegner. Den versuche ich zu töten. Hä? Wie geht das? Egal, ich gehe erstmal so. Oh, er kassiert. Sauber. Ich... Ach, Right-Click. Okay, ich muss die Leute Right-Clicken. Ich habe den jetzt gehauen damit. Gut, das muss ich mir merken. Ich mache mir schnell ein Steinschwert. Hä? Äh. Oh. Der ist, äh... Äh... Ich habe vergessen, wie das Kit heißt. Auf jeden Fall macht er... Kacke! Ich bin tot. Auf jeden Fall macht er ganz viel Schaden mit seiner, äh, Axt. So, da ich aber MVP bin oder sowas... Ne, ich bin Mod. Glaube ich noch. Und, äh, als Mod und auch als MVP kann man respawnen. Verdammt! Ich bin jetzt gestorben. Der hat echt, ja, viel Damage gemacht mit seiner Axt. Das ist... Viking heißt das, glaube ich. Genau. Und damit macht er mit einer Holz-Axt genauso viel Damage wie mit einem Steinschwert. Und ich habe da jetzt leider zu langsam gesuppt. So, mal gucken. Wo ist denn der Sumpf? Der müsste... Ach, Mist, der ist ganz weit in diese Richtung. Oh, ich brauche auf jeden Fall Pilze. Ist dann... Ne, das war ein Pferd. Das wäre natürlich cool, wenn hier noch andere Pilze wären. Da kann ich Pilze farmen. Ach, und hier ist auch ein Sumpf. Okay. Uh, verdammt. Da wäre Eisen. So, okay. Sehr gut. Dann hole ich mir jetzt hier noch ein paar Pilze. Ich hoffe mal, dass mich in der Zeit niemand trackt. Und ja, jetzt habe ich natürlich mein Kit-Eisen nicht mehr. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das neu craften kann. Müsste ich mal ausprobieren. Aber ich glaube, bevor ich das neu crafte, würde ich mir, glaube ich, erst mal ein paar andere Eisensachen machen. So ein Schwert oder so. So, jetzt habe ich Holz. Mache mir dann direkt ein Steinschwert, glaube ich. Weil jetzt hier eh niemand in der Nähe ist. Dann hole ich mal acht Holz oder so. Achso, ich habe ja schon vier. Stimmt, ja. So. Ups. So. Dann geht es nach unten. Eins, zwei. Mache ich direkt mal zwei Schwerter, falls ich das mal wieder droppen sollte. Was mir ziemlich oft passiert. So. Zack, zack. Dann machen wir hier raus. Ups, nein, das möchte ich nicht. So. Okay. Gut, dann bin ich wieder ganz gut ausgerüstet. Dann laufe ich mal in Richtung Spawn. Und kann in der Richtung dann noch Pilze sammeln. Da ist auch noch ein Sumpf, äh, ein Dschungel. Da wird es auf jeden Fall auch noch genug geben. Man kann sich nämlich auch mit Kokogin zeilen. Und auch mit, äh, Kakteen. Wobei Kakteen echt ziemlich wenig bringen. Weil es die nicht so oft gibt. Und weil es auch ein bisschen dauert, bis man die erstmal abgebaut hat. Oh, es war wach. Da oben steht jemand. Und hier wurde auch schon Holz gefarmt. So, ich mach mal ein paar neue. Jetzt hab ich auf jeden Fall schon mal einiges. So, da ist ein Gegner. Auch schon ein Steinschwert. Nein, gedroppt. Oh. Und da ist noch niemand. Ich laufe erstmal weg. Ja. Niemand da. Oh. Okay. So, ich brauch mal Pilze. Jetzt vor allem. Aber ich bin schon mal froh, dass ich nicht gestorben bin. Muss ich sagen. Uh. Du stirbst. Kämpfen die? Jetzt. Jetzt ist meine Chance. Uh. Oh, sehr gut. Schön abgestaubt. So mag ich das. So, sonst niemand hier. Da oben sind immer noch Leute, glaube ich. Ähm. Habe ich ein paar Sachen weg. Ein Schwert behalte ich. Das kann weg. Die Spitzsack behalte ich auch. Fäden können weg. Braune Pilze habe ich nicht so viel. Ähm. Leder kann weg. Ach komm. Warte ich doch nicht. Ja, Äpfel. Kann ich jetzt eben essen. Und. Das behalte ich auch erstmal. Könnte ich das vielleicht noch wegwerfen. Passt. Dann. Träcke ich den nächsten. Der ist da oben. Ich werde mir auch. Okay, das Leben ist echt zu viel, Leute. Ich werde mir aber auch trotzdem gleich Eisen farmen. Gleich. Irgendwann. Da sind ja richtig viele. Aber die bangen wahrscheinlich, ne? Ja, so viel ist gar nicht im Server. Ja, die bangen alle rum. Aber ich würde mal behaupten, dass der da oben echt ist. Hä? Der hat ein Endportal gesetzt. Aber dann bin ich hochgeportet. Ja, hier ist irgendwie alles verpackt. Na gut. Dann nicht. Dann gucke ich mal. Ich muss trotzdem aufpassen, dass die nicht sompen. Falls die doch nicht verpackt sind. Dann gucke ich mal, ob ich hier Eisen farmen kann. Vielleicht auf der Steinfläche. Das wäre schon mal ganz chillig. Da ist ein Kompass. Hier würde es runtergehen. Ja, gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt wird es dunkel bei euch. Hier ist nix, ey. Nix an Eisen. So, kurz das Essen. Boah. Überhaupt nichts. Aber es ging ja noch weiter runter. Da sollte ich auf jeden Fall was finden. Hier glaube ich, ne? Oder? Doch, von hier kam ich. So, hier runter. Hier runter. Hallo, es gibt's noch nicht. Nicht ein Eisen. Ich habe kein einziges Eisen gesehen. Haben die Eisen raus... Ah, da ist Eisen. Nein, sie haben Eisen nicht rausgenommen. So, jetzt muss ich mir wieder eine Spitzhacke machen, weil ich eben weggeworfen habe. Dann mache ich direkt eine aus Stein. Und dann kann ich auch... Und dann kann ich auch... Eben... Ein paar Fackeln machen. Das brauche ich mir zuerst. Ja, nochmal vier Stück. Also 16 Stück. So. Damit ihr auch was seht, bitteschön. Und dann farme ich ein bisschen Eisen. So, kommt ein Schwert noch weg. Und dann haben wir hier schon mal acht Stück. Das wäre ein Brustpanzer. Aber ich hoffe mal, dass ich noch mehr finde. Ich kann hier schon mal einen Ofen machen. Was kann noch weg? Das Fleisch. Ups, jetzt habe ich es direkt geplatziert. So, acht. Ähm, dann sammeln ich ein bisschen Kohle. Auch nochmal vier Stück. Das sollte reichen. Ähm. Kommt, wir helfen da. Die Pilzübe weg. Vielleicht komme ich nochmal wieder. So. Hier wäre der Ausgang, glaube ich. Mal hier. Oder kam ich von hier? Ne. Doch, ich kam von hier. Aber hier oben habe ich noch nicht geguckt, ob da irgendwas ist. Das könnte ich kurz machen. Geht's nochmal runter. Aber hier ist so wenig Eisen. Das ist echt schlimm. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie das verändert haben. Weil Diamanten haben sie auch zum Beispiel direkt komplett rausgenommen. Ach, da ist was. Das nehme ich mit. Und Eisen ist halt auch so wenig hier. Wobei das früher nicht so war, meine ich. Okay, das sind auch nochmal acht Stück. Das heißt, ich hätte jetzt schon mal ein Schwert, ein Brustpanzer und vielleicht ein Feuerzeug oder sowas. Und einen Eimer. Und das reicht auch eigentlich. Weil ich, ja, das heißt, ich glaube nicht. Ja doch, ich glaube nicht, dass die anderen Full Iron sammeln. Und wenn, kann ich mir vielleicht auch noch was beim Feast holen. Mal sehen. So, kommt das noch da rein. Dann mache ich mir einen zweiten Ofen. Zwei Stück noch. Die Werkbank nehme ich mal von da hinten. So, Ofen. Weg mit dir. Dann nehme ich die Pilzsuche wieder mit. Statt dem Ding. Und dann nehme ich die Werkbank noch mit. So. Statt dem Schwert. So, was ist das hier? Und dann, ja, ist jetzt wahrscheinlich das Eisen schon fast durchgeschmolzen. Aber egal. Achso, dann muss ich natürlich noch Okay, es lohnt sich nicht mehr wirklich. Aber egal. Dann muss ich noch Flint sammeln. Und ich hasse Flint zu sammeln, weil ich immer so, oh. Ja, weil ich immer so Pech habe beim Flint sammeln. Aber das ging doch jetzt mal richtig schnell. Okay, dann mache ich mir, also ein Schwert, wo ich Sticks, außerdem ein Brustpanzer, dann ein Eimer und ein Feuerzeug. Genau, perfekt. So. Und so. Jetzt habe ich noch eins über. Und hier auch noch was drin. Ne, hä? Doch. Was kommt weg? Die Spitzer brauch ich nicht mehr. Okay, Sticks. Cool, brauch ich auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, kann ich so loslaufen. Fünf. Ja. Und das mal nach da. Okay, los geht's. So, das Essen. Jetzt habe ich nur zwei Eisen über. Ja, wirklich viel kann ich damit nicht anfangen. Hier muss ich hoch. Jetzt habe ich die Spitzel weggepackt. Naja. Und das Fiest wurde noch nicht mal angesagt. Aber es leben immer noch die gleichen Leute wie eben. Okay, jetzt ist einer gestorben. Vier Spieler leben noch. Das heißt, einer von denen da oben scheint verpackt zu sein. Hier kann ich ein paar XP sammeln. Oh, Eisen. Sehr schön. Ich habe die nicht angeguckt. So, braune Pilze wäre noch ganz schön. Oh, da kommt jemand. Doch, er hat Full Iron. Sprint! Ich lasse ihn mal ein bisschen brennen. Oh, er hat auch ein Eisenschwert natürlich. Oh, das wird... Ich habe ein Schwert gedroppt. Das ist nicht gut. So, ich laufe erst mal. Der ist ein bisschen abgeschlagen. Aber ich habe ja ein... Ich habe kein zweites Schwert. Da ist... Ah, läuft jetzt rum. Und mein Feuerzeug habe ich auch weggeworfen. Ich habe alles weggeworfen. Das ist echt kacke. Das ist ziemlich weit weg. So. Ich laufe mal kurz zurück, um mein... ...eisenschwert wiederzuholen. Falls ihr es nicht aufgesammelt habt. Und vielleicht liegt das Vollzeug auch da. Und das Feast beginnt. Oh, da ist es direkt. Das war doch hier, oder? Nein, wo war das denn? Oder liegt es jetzt auf dem Feast? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hätte gern... ...Wasser. Ganz kurz. Wo ist Wasser? Da ist Wasser. Das breite ich mal kurz aus. Oh, da ist Lava. Das ist natürlich gut. Gut. Jo. Sie greift mir einfach an. Ah. Und der brennt. Und der brennt. Und der brennt. Aber ich... ...kotz des Essen. Ich brauche eine Pilze. Ich fahre eine braune Pilze, glaube ich. So, mit dem Eimer habe ich schon mal einen kleinen Vorteil. Gibt es noch braune? Da sind braune. Waren das braune, die ich brauche? Ich weiß gar nicht. So, ich laufe zurück zum... ...zu Lava. Weil die mir ziemlich geholfen hat. Ich will hier aber nicht reinspringen. Ja, ich habe zwei braune Pilze gesammelt. Oh. So, jetzt kämpfe ich. Ah, nicht reingelaufen. Jetzt reingelaufen. Dann falle ich selber rein. Ich sehe es schon. Ich habe nicht mehr viel. Das kann ich noch nehmen. Ja, ich dachte, ich habe es weggeworfen. Run, run. Ich hole mir neue Pilze. Weil ich habe jetzt nur noch eine einzige Suppe und bin auch bald am Hungern. Ja, ich brauche braune. Und hier sind tausende rote. Hier sind ein paar. Lässt nicht mehr hinter mir, so wie es aussieht. So, F3 weg. Das ist gut. Weil, ich kann jetzt gleich schön viel Sachen beim Fies abstauben. Wenn ich da hinlaufe. Und ich muss sagen, für einen First Night Friday ist das schon mal gar nicht schlecht. Weil das ja der erste Versuch ist. So, weg damit. Weg damit. Und ich habe wieder ganz viel Pilze. Weißt du was? Ich mache mir noch einen Eimer. Einfach, weil ich es kann. Weil das Eisen brauche ich sonst für nichts. Und hole mir nochmal Lava daraus. Oder vielleicht sogar Wasser. Weil das war echt eben ziemlich knapp. Ich hätte auch gut mal in die Lava reinfallen können. Aber ich, ich weiß es nicht. Doch, ich hole Wasser, glaube ich. Mann, ich fall hier so viel Hunger. Oh, 15 Sekunden. Kacke. Ich kann nicht mitbekommen. Mist, ich muss da hin. Nein, das ist auf dem scheiß Berg. Das hier ist irgendwo da vorne. Ah, das ist jetzt doof. Gibt mir fest. Egal, ich werde trotzdem versuchen hinzulaufen. Und dann, ja, mal sehen, was ich machen kann. Wobei die halt jetzt alles schon plündern. Ja. Hallo. Bessen. Die Team auch noch, Alter. Cool, Alter. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ja, wie lächerlich, Mann. Oh. Tot. Team Bobs, ey. Aber naja, ich fand, ja, die Runde war echt total okay. Ich habe ein paar Leute gekillt. Ihr könnt euch gerne die Stats angucken. Und da seht ihr, dass das wirklich der erste Versuch war. Und, ähm, ja. Dann war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. IP ist, wie immer, in der Beschreibung. Dann würde ich mich immer in der Rettung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und, ähm, ja.